Fünf Optionen, mit denen du einfach gegen die englische Schacheröffnung spielen kannst. Darum geht es in dem heutigen Video. Die englische Eröffnung beginnt nach dem ersten weißen Zug, C4. Und ich habe das Video hier so aufgeteilt, dass ich dir zu Beginn drei sehr normale und häufige Optionen vorstellen werde, wie man gegen C4 spielen kann, die auch schon häufig gespielt wurden. Und am Ende kriegst du noch zwei Bonusoptionen, wo gerade auch eine sehr trickreiche Variante dabei ist, die man vielleicht noch nicht so häufig gesehen hat. Okay, C4. Ich würde sagen, wir fangen mit einem der häufigsten und einfachsten Aufbauten gegen C4 an. Und das ist hier der symmetrische Aufbau, wo wir einfach hier mit C5 weiterspielen. Und hier will ich einfach erstmal ein paar Strukturen zeigen und dir zeigen, worum es in der englischen Eröffnung überhaupt geht, was der weiße Plan hier ist. Weiß könnt ihr jetzt weiterspielen mit Springer C3. Hier folgt Springer C6, G3, G6, Läufe G2, Läufe G7, Springer F3, Springer F6, Kurzrauchade, Kurzrauchade. Und hier sehen wir schon, warum dieser Aufbau auch symmetrischer Aufbau heißt. Es kommt häufig vor, dass eben einfach alles sehr symmetrisch sich hier aufbaut. Und hier hat Weiß verschiedene Pläne. Er kann zum Beispiel versuchen, hier mit E3 D4 durchzusetzen. Allerdings ist E3 hier kein guter Zug, weil es gibt uns als Schwarzer noch mehr Zeit. Und wir könnten jetzt sofort den Break mit D5 im Zentrum spielen. Und damit gleicht Schwarz praktisch sofort aus, wenn er nicht sogar schon besser steht. Ja, das kann jetzt häufig passieren, dass Weiß hier rausnimmt und anschließend zum Beispiel mit D4 spielt. Aber nach schlägt D4, Bauer schlägt D4, hat Weiß hier immer ein bisschen Probleme mit dem isolierten Bauern auf D4. Deswegen sieht man E3 tatsächlich nicht so häufig. Was häufiger vorkommt, ist hier D4. Und somit spielt Weiß als Erster diesen Vorstoß. Und hier würde ich tatsächlich empfehlen, von der Symmetrie abzuweichen. D5 ist hier auch ein Zug, aber muss man nicht unbedingt machen. Da kann Weiß meistens gut abwickeln. Stärker ist es hier mit D6 zu spielen, was ich empfehlen würde. Der häufigste Zug ist hier schlägt D4. Das gefällt mir nicht so gut, weil nach Springer schlägt D4. Springer schlägt D4, Dame schlägt D4. D6 und jetzt geht die Dame hier aus diesem Abzug raus. Dame D3. Läufer F5 kann Weiß hier mit E4 spielen. Und diese Stellungen sind immer ein bisschen angenehmer für Weiß. Was einfach daran liegt, dass er jetzt hier so eine Art Marocci-Aufbau hingestellt hat. Die beiden Bauern stehen hier sehr gut, nehmen viel Raum ein und kontrollieren das Feld auf D5. Weshalb Schwarz nie selbst D5 spielen kann. Und dadurch steht hier Weiß einfach ein bisschen angenehmer. Deswegen will ich das eigentlich gerne vermeiden. Und wir spielen deswegen nicht hier weiter mit Schlägt D4, sondern halten die Stellung weiterhin geschlossen. Und deswegen würde ich dir hier empfehlen, einfach D6 zu machen. Das ist meine Empfehlung hier. Denn D6 deckt auch den Bauern auf C5. Somit kann Weiß ja jetzt einfach keinen Bauern gewinnen sofort. Und fragt jetzt Weiß erstmal, wie er weiter spielen will. Weiß hat jetzt auch die Option, hier auf C5 rauszunehmen. Das ist auch eine Möglichkeit und kann dann mit Läufer E3 spielen. Anschließend können wir hier Dame A5 machen, decken den Bauern, bereiten sowas wie Turm D8 vor. Und die Stellung ist auch in Ordnung für Schwarz. Vielleicht leichter Vorteil Weiß, aber nichts Weltbewegendes. Die andere Option wäre, dass Weiß hier sich entscheidet mit D5 zu spielen. Und in der Praxis hat man das auch wesentlich häufiger gesehen. Nach D5 würde ich empfehlen, hier den unnatürlich aussehenden Zug Springer A5 zu spielen. Tatsächlich hat der Springer auch nicht so viele schöne Felder. Zurückziehen will man nicht. Es gibt noch die Option hier, den Springer nach D4 zu stellen und hier einen Bauern zu opfern. Aber das ist auch meistens nicht so gut für Will Schwarz. Also würde ich nicht empfehlen hier an der Stelle. Besser ist Springer A5. Greift auch den Bauern auf C4 an. Hierna folgt Springer D2. Und jetzt gibt es eine sehr thematische Idee, die du dir, wenn du hier symmetrisch spielen willst, auf jeden Fall mal merken kannst. Und das ist nämlich die Idee hier, mit A6 und anschließend B5 zu spielen. Und obwohl wir den Bauern meistens verlieren und den Bauern opfern, ist das ein sehr häufiges Bauernopfer. Aber ich zeige dir gleich mal, wie das abläuft und was Schwarz dafür bekommt. Wir könnten jetzt hier mit A6 spielen. Da haben wir C2, B5, 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 Springer B5. Und jetzt kriegt Schwarz eben einfach sehr einfache Entwicklung. Der Punkt ist, wir haben zwar gerade einen Bauern weniger, dafür ist der Läufer hier auf C1 noch nicht entwickelt. Wir kriegen sofort Läufer F5 mit Tempo hin. Und obwohl er jetzt Weiß mit E4 spielen kann, wollen wir E4 sogar ein bisschen provozieren. Denn dadurch wird der Läufer hier geblockt, kann jetzt nicht mehr unseren Turm hier angreifen. Jetzt ziehen wir den Läufer zurück, kommt auch wieder mit Tempo. Greift hier den Springer an, Weiß wird hier von allen Seiten erstmal attackiert. Springer C3. Und jetzt gibt es hier die interessante Idee mit E6 zu spielen und sofort das weiße Zentrum anzuhebeln. Und danach hat Schwarz hier schon fast eine ausgeglichene Stellung. Der Computer gibt noch plus 3, plus 0,3 für Weiß. Also minimaler Vorteil für Weiß, aber das ist nichts Großes hier. Und häufig kriegt Schwarz auch gutes Spiel hier über die offene A- und B-Linie gegen die beiden weißen Bauern. Weshalb der weiße Mehrbauer hier nicht so viel wiegt. Sollte Weiß jetzt hier auf E6 nehmen, können wir mit Läufer schlägt E6 spielen und nach E5 tatsächlich die Qualität opfern. Ich weiß, gerade wenn man noch nicht so fortgeschritten ist, ist es immer ein bisschen unangenehm Material zu opfern. Aber tatsächlich geht das hier ganz gut. Denn nach Läufer F5, Dame A4, können wir hier auf E5 nehmen und nach Läufer schlägt A8, Dame schlägt A8. Hat hier Weiß sehr große Probleme mit den weißen Feldern um seinen König. Und zum Beispiel Läufer H3 ist sofort eine Drohung. Die Stellung ist ungefähr im Gleichgewicht. Wir haben jetzt unseren Bauern auch zurückgewonnen. Weiß ist immer noch unterentwickelt. Und deswegen ist das hier die beste Option für Schwarz, so zu spielen. Okay, wir sind hier jetzt auch schon recht weit in der Variante drin. Aber ich denke, du hast mal ungefähr einen Einblick gekriegt, worum es in der symmetrischen Variante geht, im symmetrischen Aufbau. Und ich würde sagen, wir kommen einfach direkt zum zweiten Aufbau. Nämlich zum zizianischen Aufbau mit Schwarz. Okay, natürlich ist C4, C5 nicht die einzige Option, die wir haben, um gegen Englisch zu spielen. Stattdessen können wir auch uns hier Zizianisch aufbauen. Es gibt bestimmt einige von euch, die gerne Zizianisch mit Weiß spielen. Viele E4-Spieler können das ja auch gar nicht verhindern. Und warum sollte man das nicht einfach mit Schwarz auch gegen C4 spielen? Und das gibt es tatsächlich. Wir können hier mit E5 spielen. Noch eine kleine Anmerkung hier, falls du dir alle Varianten nochmal anschauen willst und nochmal genauer analysieren willst, schau gerne in der Videobeschreibung nach. Ich habe dort einen Link reingepackt, wo du alle Varianten nochmal nachschauen kannst. Die sind da in der Lichess-Studie. Okay, jetzt aber zur Variante. Nach E5 haben wir hier die Option, also Weiß hat die Option mit Springer C3 zu spielen. Springer F6, ähnlich wie wir es auch mit Weiß machen würden, nur dass wir jetzt gerade ein Tempo weniger haben. Jetzt folgt hier G3, das ist der Standardaufbau der Englisch-Spieler. Die meisten Englisch-Spieler werden genau so sich aufbauen. Das liegt einfach daran, dass das so die Idee vom englischen Aufbau ist. C4 zu spielen, den Springer hier hinzustellen, danach den Läufer zu fielen, schittieren, kurz zu rauchieren. Und Weiß hat angenehmes Spiel, muss nicht viel nachdenken. Und genau das wollen die meisten Englisch-Spieler. So, jetzt gibt es hier zwei Optionen, die ich mir angeschaut habe. Das eine ist das Konkrete sofort mit D5. Allerdings ist das nicht meine Empfehlung. Es ist trotzdem interessant. Nach Schlägt D5, Springer Schlägt D5, Läufer G2, Springer Schlägt C3, Bauer Schlägt C3, Springer C6, Springer F3, ich gehe ein bisschen durch, Läufer D6, Kurzhoch-Hade, Kurzhoch-Hade, D4, Bauer Schlägt D4, Bauer Schlägt D4. Sehen wir nämlich das Problem, weshalb ich die Variante nicht empfehlen würde, denn Weiß hat jetzt hier ein sehr schönes Zentrum. Er kann vielleicht auch noch E4 spielen, hat einfache Entwicklung, der Läufer. Geht vielleicht nach B2, er spielt so eine Art Doppel-4 in Chatto. Und ich finde das ein bisschen angenehmer für Weiß. Das ist der Grund, weshalb ich dir sofortiges D5, kannst du spielen, aber musst halt mit diesen Stellungstypen dann auch klarkommen. Was ich stattdessen mir angeschaut habe, ist C6 zu spielen. Und das fand ich wesentlich interessanter und stärker für Schwarz, das so zu machen. Denn jetzt machen wir es so ähnlich wie Weiß, wenn er die Alapin-Variante spielt, mit CZ nicht. Und bereiten jetzt mit C6 D5 vor. Der Bauer ist dann gestützt und wir können mit dem Bauern, unserem eigenen Bauern, wieder nehmen. Okay, was kann jetzt Weiß hier machen? Es gibt zwei Hauptoptionen und die häufigste Option ist hier einfach Läufer G2 zu ziehen. Und hiernach funktioniert unser System sehr, sehr gut. Jetzt können wir einfach D5 machen, kontrollieren hier das ganze Zentrum, haben auch eine stabile Stellung hier. Es könnte jetzt weitergehen mit Schlägt D5, Bauer Schlägt D5. Jetzt ist der Hauptzug hier D4. Ich meine, Weiß muss irgendwie im Zentrum gegenhalten. Wenn er uns hier jetzt noch irgendwie D4 spielen lässt, kommen wir noch weiter vor im Zentrum. Oder wir es schaffen mit Springer C6, Läufer D6 unser Zentrum zu stabilisieren. Oder Läufer E7. Dann haben wir einfach eine angenehme Stellung mit Schwarz. Deswegen, Weiß muss irgendwie gegenschlagen und das macht er hier mit Bauer nach D4. Und hiernach schließen wir die Stellung E4, Läufer G5, Läufer B4. Als nächstes kurz auch Rade für Schwarz und wir haben eine super angenehme Stellung. Was einfach daran liegt, dass wir jetzt hier ein bisschen mehr Raum im Zentrum haben, ein bisschen bessere Zentrumskontrolle. Der Läufer von Weiß schaut hier einfach auf Granit auf E4 und die Stellung ist angenehm spielbar für Schwarz. Okay, gehen wir nochmal ein paar Züge zurück. Wie ich angekündigt habe, ist Läufer G2 nicht der einzige Versuch von Weiß. Er kann hier auch mit Springer nach F3 spielen. Ups, Springer F3. Das ist seine Idee. Und was ist jetzt der Unterschied an Springer F3? Macht das überhaupt irgendwas aus und ist es nicht einfach nur eine Zugumstellung? Der Unterschied an Springer F3 ist, er greift sofort unseren Bauern auf E5 an und wir müssen irgendwas dagegen machen. Es gibt auch die Option hier trotzdem D5 zu spielen und Weiß sollte den Bauern vielleicht dann nicht unbedingt nehmen. Aber meistens gehen die Varianten E ineinander über, weshalb ich mir hier trotzdem E4 angeschaut habe und hier trotzdem E4 empfehlen würde. Okay, nach E4 kann ihr Weiß weiterspielen mit Springer D4. Ist auch der beste Zug, den Springer ins Zentrum zu stellen. Jetzt folgt ihr D5. Bauer schlägt D5, Bauer schlägt D5. Und vielleicht kennen einige von euch diese Stellung, wenn ihr mit Weiß Alapin spielt. Und dann kommt es häufig auch dazu, dass sich Weiß hier das Schwarz, der sich dann den Springer rumtreiben lässt und der Springer am Ende auf D5 landet. So ähnlich ist es jetzt nur mit vertauschten Farben. Und das kann man deswegen gut spielen hier. Es folgt jetzt hier Läufer G2, Springer C6, Springer schlägt C6, Bauer schlägt C6. Und hier sehen wir die Idee, die Weiß hier zusätzlich hat. Die Weiß auch auf jeden Fall kennen muss, wenn Weiß so nicht spielt, kriegen wir sofort eine ganz gute Stellung. Und Weiß sollte hier spielen mit D3, um eben unser Zentrum hier anzuhebeln, um unser Zentrum anzugreifen und so seine Figuren auch zu aktivieren. Ich meine, der Läufer auf C1 muss mal ins Spiel kommen, sonst schaut er hier nur auf verschlossene Türen, der wir auch mal ein bisschen Freilauf bekommen heute. Okay, Bauer schlägt D3, Dame schlägt D3, Läufer E7 ist meine Empfehlung, Kurzhochade, Kurzhochade. Und auch hier ist alles Paletti. Wir haben zwar kein Material weniger, wir haben einfache Entwicklungen bekommen. Den einzigen Nachteil, den hier Schwarz zu verbuchen hat in der Stellung, ist, dass wir drei Bauerninseln haben. Und Weiß hat nur zwei Bauerninseln. Und dadurch ist es tendenziell im Endspiel ein bisschen angenehmer für Weiß zu spielen. Aber das ist absolut nichts Großes. Und auch in dieser Stellung ist alles noch drin. Der Score bestätigt es auch. Beide Farben scoren hier gleich gut. Wobei es wenigere Miesen gibt in der Stellung, weil sie eben sehr dynamisch ist. Und ich denke, das ist auch für viele von euch interessant, weil Englisch ist eher eine ruhige Eröffnung. Und man mag vielleicht irgendwas haben, was auch aggressiver ist und einem mehr Chancen bietet. Okay, dann wäre es das hier schon soweit mit der Sitzianischen Variante. Als nächstes kommen wir zur Königsindischen Variante. So, da sind wir wieder hier bei ersten C4. Und bevor wir uns jetzt den Königsinder weiter anschauen, würde es mich freuen, falls du aus dem Video jetzt schon was mitgenommen hast oder dieser Content dir gefällt oder du ihn lehrreich findest. Lass doch gerne ein Abo da oder einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ja, schauen wir uns jetzt mal den Königsindischen Aufbau an. Es folgt hier Springer F6, Springer C3 und jetzt G6. Und das ist bestimmt für einige von euch interessant, die auch gegen D4 Königsindisch spielen. Denn häufig ist es so, dass die Varianten ineinander übergehen und wir sogar in die Hauptvarianten der Königsindischen Verteidigung kommen. Und genau das spielst du ja sowieso schon. Warum dann nicht auch gegen C4? Okay, es könnte jetzt hier E4 folgen. Auf E4 ist wichtig, dass wir D6 machen, damit er nicht irgendwann mit E5 spielen kann, unser Gegner. Das kann häufig mal ein bisschen unangenehmer werden. Deswegen D6, D4, Läufe G7, Springer F3, Kurzauchade. Und jetzt überleg mal, kommt dir diese Stellung bekannt vor? Und tatsächlich haben wir jetzt die Ausgangsstellung der Königsindischen Verteidigung. Und hiernach ergeben sich viele andere Varianten. Ich habe vor langer, langer Zeit mal ein Video zur Königsindischen Verteidigung gemacht. Kannst du dir auch gerne mal anschauen. Ist hier auf dem Kanal schon online. Aber da rein werde ich hier nicht weiter eingehen, denn dafür ist das Video nicht da. Stattdessen schauen wir uns nochmal an, was passiert, wenn Weiß sich hier mit G3 aufbaut. Und hier weiterhin versucht, seinen englischen Spielstil durchzusetzen. Und nach G3 können wir hier gut spielen mit Läufer nach G7, Läufer G2, Kurzauchade. Und auch hier ist häufig die weiße Idee, jetzt E4 zu machen. Noch mehr sich vom Zentrum zu schnappen, ja das Zentrum zu kontrollieren. Und wir machen trotzdem einfach D6. Das ist das Schöne und Angenehme an dem Königsindischen Aufbau. Wir machen fast immer die gleichen Züge. Ja, G6, Läufer G7, Springer F6, Kurzauchade, D6. In irgendeiner Reihenfolge werden diese Züge eigentlich immer kommen in der Königsindischen Verteidigung. Es folgt jetzt hier Springer E2, bereitet auch D4 vor. Und hier sollten wir wirklich schauen, dass wir Weiß nicht das ganze Zentrum überlassen direkt. Und selbst mal mit C5 spielen, um eben auf D4 vorbereitet zu sein. Häufig spielt hier Weiß jetzt trotzdem mit D4. Das ist der kritische Versuch, um eben weiter im Zentrum mehr Raum zu gewinnen, mehr das Zentrum zu kontrollieren. Und hier haben wir jetzt verschiedene Optionen. Man kann den Bauern auch rausnehmen. Aber ähnlich wie wir es schon ganz am Anfang des Videos hatten, Springer schlägt D4 ist hier. Ähnlich wie wir es schon ganz am Anfang im Video hatten, kriegt jetzt Weiß so eine Art Marocci-Aufbau. Und dagegen will ich nicht so gerne spielen. Stattdessen empfehle ich hier Springer C6. Und jetzt ist Weiß wieder dran. Er muss sich hier entscheiden, wie er hier die Spannung auflöst. Er kann entweder vorbeiziehen oder rausschlagen. Vorbeiziehen ist der kritische Versuch. Deswegen schauen wir uns das hier an. Und hier gibt es wieder zwei Optionen für Schwarz. Einmal Springer D4, auch ein Bauernopfer. Was ich früher schon mal angesprochen hatte. Wenn Weiß jetzt diesen Bauern nehmen sollte, kriegt Schwarz gute Kompensationen in einfachen Figurenentwicklungen. Die offene C-Linie, der Bau auf C4 ist immer mal schwach. Die Weiße Dame steht auch direkt in dem Abzug hier drin. Zum Beispiel auch gerade Springer G4, Springer E5. Und wir gehen auf den Bauern. Das wäre hier eine Option für Schwarz. Allerdings kann man sich auch entscheiden, hier nach D5 den Springer nach A5 zu stellen wieder. Dann musst du dir nur eine Variante merken, beziehungsweise eine Idee merken. Springer A5 gab es ja schon früher einmal. Und nach Springer A5 kann hier B3 folgen. A6, A4. Und jetzt das klassische Bauernopfer mit B5. Und obwohl es aussieht, als wäre es ein komplett doofer Zug, hier den Bauern hinzustellen, wo das Feld doch dreimal angegriffen ist, ist es schwierig für Weiß, diesen Bauern zu nehmen und dann auch langfristig zu halten. Denn zum einen hat er jetzt hier schon doppelte isolierte Bauern. Dieser Läufer hier ist ein absolutes Monster auf der Diagonale. Weiß muss immer aufpassen, dass hier nicht irgendwelche taktischen Schläge gehen. Und nach Läufer D7 hat Schwarz einfach auch bessere Entwicklung. Weshalb hier die Stellung schon komplett ausgeglichen ist und ich hier lieber Schwarz hätte in der Stellung. Einfach aufgrund der vielen Chancen, die Schwarz hier hat. Okay, damit wären wir hier mit den Hauptoptionen durch. Als nächstes kommen wir zu sehr interessanten Optionen, die man auch gegen Englisch spielen kann. Eine Option, die natürlich auf keinen Fall fehlen darf in dieser Reihe, ist B6. Und wer diesen Kanal schon länger verfolgt oder vielleicht auf den Kanal auch gestoßen ist durch ein bestimmtes Video, der weiß, dass ich hierzu schon ein ausführliches Video gemacht habe, nämlich B6 gegen Englisch, das auch schon sehr gut bei euch ankam. Und deswegen muss das hier in der Reihe einfach dabei sein. Denn nach Springer F3 ist die Idee, jetzt einfach mit Läufer B7 zu spielen. Und wenn Weiß G3 macht, sehen wir die direkte thematische Idee. Wir wollen hier den Springer abtauschen für den Läufer, was erstmal untypisch aussieht, hier so früh das Läuferpaar abzugeben. Aber wir schwächen hier nicht nur die weiße Struktur, sondern unsere weitere Idee ist jetzt mit C5, das Feld auf D4 zu kontrollieren, als nächstes Springer C6 zu machen und immer weiter hier den Punkt auf D4 unter Kontrolle zu halten. Ich zeige hier mal kurz ein Traum-Szenario. Wenn Weiß mit Läufer G2 weiterspielt, könnt ihr Springer C6 folgen, Kurzhochade, G6, Springer C3, Läufer G7. Und der Plan ist Springer H6, Springer F5 und wir wollen hier immer weiter dieses Feld kontrollieren, sodass Weiß niemals D4 selbst spielen kann und vielleicht können wir irgendwann selbst mal den Springer nach D4 reinstellen. Und gerade, weil ich diese Variante hier schon sehr ausführlich auf dem Kanal gezeigt habe, will ich es in diesem Video auch hier hierbei belassen. Wenn du genauere Informationen zu der Variante noch haben willst, dich noch intensiver damit beschäftigen willst, schau dir gerne das Video an. Ich kann das hier auch mal verlinken oder in der Beschreibung. Und ich würde jetzt kommen zur letzten Option, zur interessantesten Option, zur Bonus-Variante. So, C4 steht wieder auf dem Brett und ich muss gestehen, dass ich diese letzte Option eben einfach beim Durchklicken gefunden habe und aber sehr begeistert von der Option bin, weil sie einfach, weil es nicht das Spiel gibt, was er eigentlich haben will. Und das ist hier der ruhige Zug E6. Und so unscheinbar, wie dieser Zug aussieht, ist es trotzdem ein Zug, der Englischspielern wahrscheinlich Kopfschmerzen bereitet, denn in vielen Varianten kommen wir jetzt ins abgelehnte Damen-Gambit rein. Zum Beispiel Springer C3, D5, D4, werden wir hier schon im abgelehnten Damen-Gambit. Und das ist das, was Weiß eigentlich gar nicht spielen will. Weiß hat natürlich viele andere Optionen. Er kann den Bauern zum Beispiel rausnehmen. Aber wenn er den Bauern rausnimmt, nehmen wir einfach mit unseren Bauern wieder und nach D4, Springer F6, Läufer G5, Läufer E7, E3, Kurzlauchade, Läufer D3 und C6, haben wir hier keine Probleme mit Schwarz. Das ist die typische Kitesbader-Struktur, wo Weiß jetzt hier zwei Bauern gegen drei Bauern am Darmflüge hat. Das heißt, häufig versucht hier Weiß jetzt einen Minoritätsangriff zu starten, die Bauern irgendwie nach vorne zu bringen, hier gegen meine Bauern abzutauschen und dann hier Bauernschwächen zu verursachen. Im Gegenzug dazu versucht hier Schwarz am Königsflügel anzugreifen. Und das schafft er häufig, indem er hier später mal einen Springer auf E4 installiert, gerade noch sehr schwierig machbar und anschließend F5, F4 spielt. Das ist eine häufige Idee in solchen Strukturen. Deswegen sollten wir hiervor auf jeden Fall schon mal keine große Angst haben, falls hier Weiß einfach sich entscheidet, auf D5 rauszunehmen. Die andere Option, die Weiß hier noch hat, ist mit E3 zu spielen. Beginnen. E3. Und jetzt ist es hier immer noch eine Stellung, wo viele Varianten draußen entstehen können. Zum Beispiel kann er als nächstes immer noch mit D4 spielen. Wir halten uns einfach flexibel, es ist sehr einfach hier zu spielen mit Schwarz. Springer F6, Springer F3, Läufer E7, B3, kurze Hochhade. Und auch hier hat Schwarz keine Probleme. Wir können als nächstes uns auch gerne mal mit B6 aufbauen, vielleicht C5 spielen und die Stellung spielt sich sehr einfach für Schwarz. Eine letzte Option müssen wir uns hier noch anschauen und das ist, wenn Weiß sich hier entscheidet, mit G3 zu spielen. Und hier sehen wir eine sehr spektakuläre, schöne Variante, wie Weiß sehr schnell auf Verlust stehen kann. Und zwar folgt jetzt hier konkret sofort D4 und wenn Weiß jetzt nicht vorsichtig ist und den Springer nach E4 stellt, kommt F5 und aufgrund dessen, dass es Weiß hier gerade mit G3 gespielt hat, ist der arme Springer gefangen. Der arme Springer hat gar kein Feld mehr, wo er hinhüpfen kann. Ist einfach weg, ja? Zack, 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 kann er überall nicht hin. Die Bauern kässchen den Springer perfekt ein und der Springer geht einfach verloren. Und ich denke, das ist ein Motiv, was ab und zu mal vorkommen kann, denn man erwartet es einfach überhaupt nicht, dass der Springer hier mitten auf dem Feld gefangen wird und der Bau auf G3 nimmt noch das letzte Feld weg. Das bedeutet, nach D4 müsste der Springer irgendwie zurückziehen, zum Beispiel nach A4 und da steht er natürlich nicht schön. Wir könnten mit E5 spielen und die Stellung ist hier bereits besser für Schwarz, was einfach daran liegt, dass der Springer hier sehr komisch postiert ist, wir ein schönes Zentrum haben und es für Weiß auch schwierig ist, unser Zentrum hier anzunagen oder anzuknabbern. Wir können häufig auch mit C5 das Zentrum weiter stützen. Sehr angenehme Stellung für Schwarz. Jetzt kommen wir noch zurück und schauen uns noch eine letzte Option an, die Weiß hier hat. Und zwar muss er hier nach E6 ja nicht mit Springer C3 weiterspielen, sondern sagt sich sofort, okay, ich will einfach normal meinen englischen Aufbau weiterspielen. Ich mache hier G3 und nach Springer F6 Läufer G2, D5 ist unser Zug, Springer F3, Läufer E7 und auch hier haben wir einen sehr einfachen Aufbau erreicht. Können als nächstes kurz hochieren. Haben eine angenehme Stellung und genau diesen Aufbau habe ich nochmal intensiver besprochen in einem Video zur RITI-Eröffnung. Dieses Video werde ich dir hier nochmal einblenden am Ende des Videos und falls du dazu noch was genaueres wissen willst, kannst du dir das Video gerne anschauen. Ansonsten sind wir am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, du konntest einiges daraus lernen, mitnehmen und hast auch eine Variante gefunden, die dir gefällt und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.